... des Tages entschieden, sonst hätte ich was anderes gesagt, sage ich jetzt noch nicht, ist ein Geheimnis, aber er kommt unter die Top 5. Dafür garantiere ich, schauen wir uns das nochmal an, oi 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 oi, nicht der Crash des Tages, aber keine schlechte Nummer. Und ich garantiere Ihnen, mein junger Kollege Flo Krämer findet seinen Crash des Tages immer hier bei Außer Kontrolle, täglich. Er hat ja auch 30 Minuten Zeit, um sich zu entscheiden, sieht eine spektakuläre Szene nach der nächsten und da muss doch wirklich was dabei sein. Absolut. Und die Jude Zimmer hat...